Okay, also das scheint jetzt aber wiederum Säures sein. Sollte ich also nicht rein latschen. Oh, manchmal bin ich aber auch echt beobachten als erwartet. Jo, bitteschön. Sollts bitte sterben. Sollts bitte sterben. Sollts sterben. Sollts sterben habe ich gesagt. So, hier ist es besser. Das ist der Grund warum ich die zornote Arme noch nicht eingesammelt habe. Genau aus diesem Grund. Oh, das ist ja noch ein Revenant. Ich hasse die Dinger, ich hasse die Dinger einfach nur. So. Ich hasse Revenants. Revenants sind scheiße. Das kann man nicht oft genug sagen. So. So. Wie viel haben wir denn noch? Immer noch ein paar. Okay. Dann zur Route. Das sollte nämlich jetzt eigentlich offen sein. Gott, was geht denn da noch ab? Komm ich hier wieder raus? Äh. Scheiße. Das sieht irgendwie nicht so danach aus, ne? Das wäre doof. Wie viel. Vielleicht sollte ich die 200er doch holen. Weil ich komme hier gar nicht mehr raus. Ich komme gar nicht mehr zurück. Wie es scheint. Dann hole ich sie mal. Ich sagte, ich hole sie mal. So. Ähm. Wo geht's denn jetzt hier raus? Hier hinten, ne? Ja. Hier war der Schalter dafür. Bumm. Na. Hoch mit hier. So. Boah. Das gibt's doch nicht. Jetzt mache ich das anders. Keine Lust. So. Brauche ich den ganzen Weg nicht nochmal latschen. So. Und dann. Spreiche ich das mal hier. Okay. So. Okay. Was passiert hier noch Nettes? Hm. Bisher noch nix. Jetzt habe ich aber auch keinen Helft mehr gesucht, ne? Was ich vielleicht mal tun sollen. Boah. Geil. Ähm. Quatsch. Das wollte ich doch. Die merke ich mir. Dann übrigt sich nämlich auch die Helftsucherei. Wie viele Gegner haben wir noch? Okay. Passt genau. Äh. Da liegen ja ein paar mehr. Wer weiß warum. Äh. Was soll ich jetzt hier überhaupt noch tun? Ach, da ist noch ein Eingang oder was? Ne. Hä? Achso der Schalter. Hm. Okay. Okay. Dann drücken wir den mal. Das hat bestimmt eine Bewandtnis. Warum ist das? Was? Oh, der Cyberdemon. Stimmt. Der war ja auch noch was. Ja. Ja. Oh ja. Mach du platt. Bitte. Aua. Das tut weh. Dass die anderen angreifen noch nicht mich, Zauberdemon. Keiner hat was davon geredet, dass du mich angreifen sollst. Ich nehm das mal mit schnell. Ups. Dehns. Oh ja. Wow. Hey. Was hast du gegen mich? Sollst mal hier auf die Manko. Ja. Genau. Perfekt machst du das. Ich find das grad so lustig. Oh ja. Yeah. Genau. Gibt's den Dinger. Auf die Mankos. Ich geb dir mal ein bisschen Anschwung. Das ist nachher etwas einfacher ne? Oua. Ach. Nööööö. Was ist denn das schon wieder. Dabei war ich grad so. Och. Nööö. Einfach nur nööö. So. Die Dinger her. Aua. Lauf ich da echt rein? Ey, du musst weg, bitte. Das sieht man aber auch echt schlecht für die Raketen, ne? Das muss man ja sagen. So, nun sind wir ganz alleine. Ey. Ey. Das glaub ich nicht. Echt nicht. Wieso bin ich so kackenschlecht, wenn ich einen als Play spiele? Gah. Echt unglaublich. Wie sollte Plutonia werden, wenn das im Let's Play alles so kacklos ist? Hm. Gute Frage. Ernsthaft? Das ist doch echt schon kein bisschen. Ich lauf echt in alles. Das ist echt frustrierend. Das muss doch irgendwie möglich sein, Mensch. So, jetzt mach ich dich platt, schnauze voll jetzt. So. Ja, und du fühlst mich jetzt nur, dass das... Das hat mich jetzt bei meinem Glück nicht gewundert. Boah, echt. Scheiße. Was ist denn der jetzt noch? Wo ist der denn jetzt noch? Boah. Wo ist denn der jetzt? Das Level macht mich wahnsinnig. Da drinnen? Irgendwo ist noch ein Gegner. Einer noch. Puh. So, wo ist der letzte Gegner jetzt? Die können wir ja mal mitnehmen hier. So Der ist ja da runtergefallen Ja, da gehörst du auch hin da unten Einer hat dieses Misfi gar nicht verdient So Echt hart, ey Okay Wie, der, der, der ist ja wieder zu Was ist denn das für ein Schmuck Hä? Ich verstehe es nicht Irgendwas geht da runter, aber ich weiß nicht was Seltsam Gut, ich speichere das nochmal Wo ist auch noch irgendein doofes Vieh Ah, da muss man anscheinend schnell sein Ich mach das jetzt aber anders Ich hol jetzt mir erstmal das Ding Bam Ich denke, das kann ich mir jetzt mal holen So Schau, dann krieg ich wohl nicht mehr voll Weil ich da hinten ja nicht mehr rauskomme Richtig? Jo, richtig Jämmerlich Na gut Da muss man also scheinbar schnell sein Ah, Dreck Moment So, ne Wo lebt eigentlich der letzte Gegner noch? Das muss ich auch mal wissen, ne Komische Sache, das Na gut Äh, so nicht So, hier rauf Hier rauf Gott ist ja mitten, Mensch Kann doch nicht so schwer sein So, mehr Vollgas, bitte Oder auch nicht Das ist doch nicht Das gibt es doch nicht Ich bin zu langsam hier Jetzt hake ich doch fast Ach, ich glaube ich, Nerd Echt die Härte hier Boah, du aber So Ich frag mich trotzdem, was für ein Gegner da noch war Irgendeinen haben wir ja leben gelassen Sogar ein Item haben wir leben gelassen Äh, nicht mitgenommen Sehr seltsam Sehr seltsam Na gut Ich hau jetzt trotzdem ab Mysterious Ich glaube, ich werde gleich nochmal nachgucken Wo Der Wurm nicht Dass da noch was lebt Aber ich sage dann erstmal Bis gleich Im normalen, regulären Level Und zwar Level 16 Bis gleich Euch